Ihr habt gedacht, ich habe euch vergessen. Mr. T hat euch nicht vergessen und Mr. T weiß, dass Weihnachten ist und dass ihr gerne Weihnachtsgeschenke bekommt. Und diese Weihnachtsgeschenke bekommt ihr auch dieses Jahr auf alle meine Dienstleistungen. Deswegen jetzt, ganz wichtig, aufpassen, bis zum 31.12.2017, nachts um 23 Uhr und 59 Sekunden, bekommt ihr auf alle Dienstleistungen 20% Rabatt. Das bedeutet Ernährungsplanung, Trainingsplanung, Personal Training, Goldmember, Silbermember, Bronzemember, Stoffwechselanalyse, Körperanalyse. Auf alle Dienstleistungen gibt es 20% Rabatt. Wie ihr am besten kommt, das ist ganz einfach. Und zwar, wenn ihr hier persönlich bis zum 22.12. aufschlägt, bis zum 22.12. haben wir geöffnet, kommt der Nachmittag zwischen 15 und 19 Uhr vorbei und dann könnt ihr bei meinen zwei Ladies da vorne Gutscheine kaufen. 20% Rabatt auf alle Dienstleistungen. Und wenn ihr keine Zeit habt und nicht vorbeikommen könnt, dann könnt ihr die natürlich auch gerne per E-Mail bestellen. Das heißt, ihr schreibt mir eine E-Mail mit eurem Wunsch, was ihr bestellen möchtet. E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann kriege ich euren Wunsch, eure Bestellung, wird bestätigt, ihr bekommt eine Rechnung, müsst überweisen bis zum 31.12. Und dann habt ihr euer 20% Rabatt sicher. So einfach ist es. Ihr könnt natürlich auch gern per E-Mail Gutscheine bestellen. Gutscheine für eure liebsten Mitmenschen, die unbedingt mal von Mr. T. gecoacht werden möchten. Freunde, das war's. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Fragen habt, unten bitte in die Bemerkungen reinschreiben. Ich werde alle Fragen beantworten. Frohe Weihnachten, Freunde. Frohe Weihnachten.